Stärkung des Verbraucherschutzes durch gesetzliche Neuregelungen. Außerdem heute auf der Agenda Außen- und Verteidigungspolitik. Weitere Themen sind Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Den Streitpunkt Migration und Flucht haben die Spitzen der vier Parteien dem Vernehmen nach zur Chefsache gemacht. Hürden sollen hier in ganz kleiner Runde beiseite geräumt werden. Grundsätzlich geeinigt haben sich die Sondierer gestern Abend bei Hilfen für Kommunen und beim Wohnungsbau. Es ist der fünfte gemeinsame Sondierungszwischenstand. So will eine Jamaika-Koalition angesichts stark steigender Mieten mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Unser Ziel ist es, für ausreichenden bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle zu sorgen und auch Eigentumsbildung gerade für Familien zu ermöglichen. Zu Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, die Union wolle in einem Jamaika-Bündnis erreichen, in den nächsten Jahren 1,5 Millionen neue Wohnungen zu bauen. Morgen wollen Union, FDP und Grüne die erste Sondierungsrunde abschließen und eine Zwischenbilanz auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis ziehen. Am kommenden Montag beginnt dann die zweite Phase der Sondierungen, die konkretere Ergebnisse bringen soll. Die Zeit drängt inzwischen etwas. Bis Mitte November soll das gemeinsame Jamaika-Papier vorliegen, das als Grundlage für die Entscheidungen dienen soll, ob CDU, CSU, FDP und Grüne tatsächlich in formelle Koalitionsverhandlungen eintreten wollen. Am 5. und 20. November entscheiden die Grünen auf einem Parteitag in Berlin über Jamaika oder nicht Jamaika. Denn scheitert das Sondierungspapier bei den Grünen, wäre Jamaika wohl geplatzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017